Gelobt wird vor allem die Flexibilität, dass wir auch mal umswitchen können auf ein reines Online-Format, damit wir alle mitnehmen können, dass sie gesehen werden und gehört werden, je nachdem welcher Lerntyp sie auch sind. Mein Name ist Elham Daniela Maslum. Ich bin Studiengangskoordinatorin am Department Islamisch-Religiöse Studien in Erlangen. Ich bin dort tatsächlich für die Konzipierung aller unserer Studiengänge zuständig, Bachelor einfach und zweifach, den konsekutiven Master und tatsächlich auch für den Schwerpunkt Islam im Masterstudiengang Medien, Ethik, Religion und aus dem Bereich kommt tatsächlich auch mein Seminar. Mein digitales Lehrformat im Rahmen meines Seminars aus dem Masterstudiengang Medien, Ethik, Religion beinhaltet verschiedene Aspekte. Zum einen Flipped Classroom-Konzepte, in denen ich den Studierenden verschiedene Skripte, Videos, Übungen zur Ansicht und zum Self-Learning nach Hause schicke. Da haben sie dann genug Zeit, sich das in ihrem Tempo anzuschauen. Wir treffen uns in Präsenz und besprechen das Angelernte, klären Fragen, diskutieren miteinander. Es werden Referate in Gruppen gehalten, diese tatsächlich nur online via Zoom und wir haben einen kurzen Filmdreh, den wir auch in den Grüppchen veranstalten während des Highlights, während der Exkursion. Da stehe ich den Studierenden auch zur Seite. Diese Filme, diese kurzen Erklärvideos werden dann im Nachgang wiederum im Plenum besprochen, damit jeder auch ein Feedback erhält. Meine Lieblings-Tools für meinen Unterricht. Zum einen das Smartphone, das ich zum Filmen benutze, auch vor allem für die Exkursion, die ich auch gerne immer wieder jedes Semester anbiete. Mittlerweile aber auch viel mehr filmische Aspekte dabei habe. Ein Tablet, mit dem ich meine Flipped-Classroom-Formate online teile und ganz klassisch ein Notizbuch, mit dem ich die Studierenden auch begleite, mir Notizen mache zu den Filmen, die gedreht werden, zu den Referaten, um ein adäquates Feedback geben zu können. Die Studierenden wurden kurztechnisch eingeführt in Zoom und in das Drehen mit Smartphones. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr Zeit genommen, um alle Fragen zu klären. Ferner habe ich sie während der Referatsphase betreut und geschaut, wie ist das Referat strukturiert, auch bezüglich des Essays, das dann am Ende auch geschrieben wurde. Und ich habe tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, nachdem ich alle Einverständniserklärungen eingeholt hatte, gegründet. Und so bin ich auch für die Studierenden erreichbar. Ferner können sich die Studierenden sehr gerne via E-Mail an mich wenden. Und es gibt auch Zoom-Sprechstunden auf Anfrage. Da mache ich immer gerne Termine aus. Der Leistungsnachweis in diesem Seminar wird über drei verschiedene Bausteine erbracht. Zum einen das Gruppenreferat, das die Studierenden via Zoom dann ausschließlich online halten, das dann im Nachgang im Plenum via Zoom besprochen wird. Da nehme ich mir dann Notizen mit für den ersten Teil. Der zweite Teil ist dann nach intensiver Betreuung und Besprechung der Filmdreh der jeweiligen Station während der Exkursion. Und da bin ich auch vor Ort, immer an jeder Station dabei, leiste Hilfestellung und mache mir da auch vor Ort Notizen. Da nehmen wir die Filme dann wieder mit ins Plenum, aber diesmal in Präsenz und schauen uns das alles an. Je nach Möglichkeit auch mal Hybrid, wenn jemand nicht vor Ort sein kann. Und der letzte Baustein ist das Essay. Das Essay richtet sich nach dem Referatsthema und nach der Exkursion. Da haben die Studierenden ungefähr zehn Seiten zur Verfügung, um ihre Erfahrungen nochmal schriftlich zusammenzufassen. Das Feedback zu dem jetzigen Format ist sehr positiv. Das habe ich über Evaluationen herausgefunden, aber auch in persönlichen Gesprächen. Die Studierenden kommen auch gern auf mich zu und teilen mir das persönlich mit, was ich sehr angenehm finde. Gelobt wird vor allem die Flexibilität, dass wir auch mal umswitchen können auf ein reines Online-Format, damit wir alle mitnehmen können. Dass sie durch die Flipped-Classroom-Konzepte, durch die Skripte, Videos, alles in ihrem eigenen Lerntempo auch nochmal aufbereiten können, nacharbeiten können. Dass sie gesehen werden und gehört werden, je nachdem, welcher Lerntyp sie auch sind. Der eine hört eher etwas und kann damit eher etwas anfangen, als ein reines Skript zu lesen. Und dadurch, dass wir alle Bausteine jetzt drin haben oder ich alle aufnehmen konnte, kann ich alle bedienen und das kommt sehr positiv an. Mein derzeitiges Fazit als Dozierende ist, dass ich Flipped-Classroom auch gerne weiterhin und intensiver einbinden möchte. Vor allem in dieses Seminar, aber auch in andere Seminare. Was ich mir jedoch wünschen würde, ist eine verstärkte technische externe Betreuung. Ich bringe das Wissen, das Know-how glücklicherweise selber mit, aber was so Kameras oder Ton angeht, wenn man dann doch etwas professionell filmen möchte, da wünsche ich mir dann doch mehr professionelle Betreuung. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, sind tatsächlich Schulungen, wo auch jeder Dozierende sich austauschen kann mit anderen Dozierenden und das Handwerkszeug auch lernen kann. Was die Technik angeht, wünsche ich mir nicht nur Polybars, sondern auch die Möglichkeit, dass man sich vielleicht eine Kamera leihen kann und auch jemanden, der sich vielleicht mit einer professionellen Kamera und Ton auskennt, der einen dann für größere Projekte begleitet. Für dieses Seminar möchte ich in Zukunft Flipped-Classroom verstärkt einsetzen, vor allen Dingen was Filmdrehs und Podcasts angeht. Die Filmdrehs bieten die Möglichkeit, dass die Studierenden die Theorie sehr schnell in die Praxis umsetzen können, sich austauschen können, auch mit mir austauschen können, um wertvolle Tipps zu erhalten, damit das dann im späteren journalistischen Lebensweg sei, wo auch immer das sei, umgesetzt werden kann. So möchte ich auch sehr, sehr gerne nach Möglichkeit und natürlich nach Absprache mit den Studierenden, wenn ich das okay bekomme, die Videos online stellen auf eine Plattform, die für alle ersichtlich ist und auch in Form von Podcasts dann anbieten. Denn ich denke, heutzutage erreichen wir über Podcasts zu vielfältigen Themen viel mehr Menschen, als es noch mit Radiosendungen der Fall war. Und so kann sich auch jeder ein Podcast-Thema aussuchen. Auch längere Reihen plane ich, dass nicht nur ein Thema in einem Podcast besprochen wird, sondern dass vielfältige Themen in einer Serie besprochen werden. Untertitelung des ZDF, 2020